Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Akku-Rasenmäher von Stihl. Damit ihr das richtige Modell für eure Ansprüche finden könnt, möchten wir euch in diesem Video drei verschiedene Modelle aus drei verschiedenen Preisklassen des Herstellers vorstellen. Wir fangen wie immer mit dem Einsteiger-Modell an und kommen dann zum Mittelklasse- und Premium-Modell. So werdet ihr das richtige Modell für euch finden können. Viel Spaß nun also beim Zuschauen. Übrigens nochmal der Hinweis, ihr könnt nach dem Video mal in der Beschreibung nachschauen. Unter diesem Video haben wir euch dort auch alle drei Akku-Rasenmäher verlinkt, wenn ihr mehr Infos zu einem Modell erfahren oder auch einen der Stihlmäher bestellen wollt. Lass uns nun aber gleich mit dem ersten und auch wie gesagt günstigsten Modell im Vergleich starten, dem Stihl RMA 235. Die Vorteile des Einsteigermodells von Stihl liegen auf der Hand. Mit nur 14 Kilogramm ist er unglaublich leicht und dadurch auch besonders in kleinen Gärten einfach zu handhaben. Kombiniert mit dem klappbaren Lenker und Tragegriff lässt sich der RMA 235 gut transportieren und auch verstauen. Die nötige Power wird hier durch das Stihl-Kompakt-Akkusystem mit hochwertigem Lithium-Ionen-Akku zur Verfügung gestellt. Im Set wird das Modell meist mit einem AK20-Akku des Herstellers sowie mit dem Standard-Ladegerät geliefert. Der AK20 hat 144 Wattstunden Leistung und kann in Kombination mit der 33 cm Schnittbreite auch schon größere Rasenflächen bis 200 m² bewerkstelligen. Der 450 Watt starke Elektromotor kommt auf eine Umdrehungszahl von 3400 pro Minute. Er kann sich dadurch also auch durch dickeres Geächt und auch dickere Grashalme kämpfen. Mit an Bord ist auch ein 30 Liter Grasfangkorb, eine 5 Stufen Schnitthöhenverstellung zwischen 2,5 und 6,5 cm und zu guter Letzt überzeugt dieser Mäher auch noch durch eine besonders geringe Arbeitslautstärke. Auch die Bedienung sowohl beim Manövrieren, Zusammenklappen oder Entleeren des Grasfangkorbes ist hierher vorzuheben. Alles wird einem hier von Stihl durch verschiedene Funktionen sehr leicht gemacht. Auch zu erwähnen sind die großen Leichtlaufräder und der ergonomisch geformte Führungsholm, die das Manövrieren besonders leicht machen. Der RMA 235 ist wie gesagt vor allem eher für kleinere bis mittelgroße Gärten geeignet und in seiner Preisklasse ein unglaublich starkes Modell in Sachen Qualität und Leistung. Mehr Infos zu diesem Einsteigermodell von Stihl zum RMA 235 über den ersten Link in der Beschreibung. Bleibt aber auch gerne dran, um die nächsten beiden noch leistungsstärkeren Modelle kennenzulernen. Aus der Mittelklasse müssen wir euch unbedingt den RMA 339 vorstellen. Er ist das insgesamt beliebteste Modell der Stihl Akku-Rasenmäher-Reihe und kommt mit 37 cm Schnittbreite sowie einem 40 Liter Grasfangkorb. Das Modell ist also für die nächsthöhere Stufe von Gartengrößen geeignet, dabei mit 16 kg trotzdem noch recht leicht und wendig und kann wie alle Akku-Rasenmäher durch viele Komfort- und Bedienfunktionen überzeugen. Allen voran möchten wir aber nochmal die Motorleistung hervorheben. Verbaut ist hier ein effektiver, bürstenloser Motor, welcher sehr effektiv und leistungsstark arbeitet. Der 900 Watt starke Motor kann die 37 cm breiten Messer auf bis zu 3300 Umdrehungen die Minute beschleunigen. In Kombination mit einem AK20 oder AK30 Akku von Stihl können hier große Rasenflächen bis über 300 Quadratmeter im Nu gemäht werden. Auch eine zentrale Schnitthöhenverstellung ist bei diesem Modell wieder dabei. Diese fungiert hier zwischen 3 und 7 cm und wie gesagt sind auch noch einmal die Bedienfunktionen des Modells hervorzuheben. Der besondere Monokomfortlenker ist höhenverstellbar und bietet einen noch einfacheren Zugang zum Grasfangkasten. Außerdem lässt er sich für eine kompakte Lagerung komplett zusammenklappen, wodurch das Modell auch einfach zu transportieren ist. Der RMA339 ist ideal für Gärtner mit kompakten bis mittelgroßen Rasenflächen, die nach minimalem Aufwand und guten Schnittergebnissen sorgen. Sowie auch nach einem Modell, welches den Zahn der Zeit überstehen kann, also eine hohe Qualität und Langlebigkeit besitzt. Damit kann der RMA339 aufwarten. Mehr Infos zum Modell und die Möglichkeit dieses zu bestellen, findet ihr über den zweiten Link in der Beschreibung. Lasst uns nun aber auch gerne mit dem dritten und letzten Modell im Vergleich weitermachen. Zum Schluss möchten wir euch den Premium Stihl Akku Rasenmäher RMA448 vorstellen. Dieses Modell arbeitet mit 46 cm bei der Schnittbreite, einem 55 Liter Grasfangvolumen und mit einem leistungsstarken, bürstenlosen 1000 Watt Motor, welcher es auf 3100 Umdrehungen die Minute bringt. Der 24 kg schwere Mäher ist durch die hohe Motorleistung, die starke Schnittbreite, aber auch durch den Akkubetrieb der Stihl AP Reihe besonders leistungsstark. Die AP Akkus haben eine noch höhere Leistungsaufnahme und meist auch höhere Kapazität. Je nach Akku kann man hier also lange Minuten mit dem RMA448 arbeiten. Vor allem auch dadurch, dass hier mehrere Akkus in Serie geschaltet werden können, eine Funktion, die einzigartig bei diesem Premium Modell ist. Überzeugen kann das Modell des Weiteren durch seine Schnitthöhenverstellung. Diese kann man bei diesem Modell in sechs verschiedenen Stufen zwischen 2,5 und 7,5 cm vornehmen, sowie durch die bequeme Handhabung mittels des höhenverstellbaren Komfort Monolenkers. Dies ist derselbe wie beim eben vorgestellten RMA339. Er kann also höhenverstellt und komplett zusammengeklappt werden. Mit 24 kg ist dieses Gerät das schwerste im Vergleich, was natürlich am erhöhten Motor und dem insgesamt größeren Maßen des Modells liegt. Durch die leichtgängigen Transporträder lässt er sich aber trotzdem relativ mühelos über den Rasen bewegen. Und des Weiteren handelt es sich hier auch um einen Mäher mit besonders starker Wetterfestigkeit. Er verfügt über einen geprüften IPX4-Standard-Spritzwasserschutz, womit das Modell auch bei widrigen Wettereinflüssen betrieben werden kann. Mit Abstand also das beste und hochwertigste Modell, mit der stärksten Leistung, den meisten Funktionen und der größten Grasfangkapazität. Mehr Infos zum RMA448 erfahrt ihr über den dritten Link in der Beschreibung. Dort könnt ihr nicht nur mehr über diesen Rasenmäher erfahren, sondern ihn auch sofort zu euch nach Hause bestellen. Das war es nun allerdings von uns und unserer Vorstellung der besten Stil-Akkurasenmäher. Welches Modell hat euch am besten gefallen, aus der Einsteigermitte oder Premium-Klasse? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünschen viel Spaß mit eurem neuen Rasenmäher.